und herzlich willkommen zu partnummer 30 von ww2k5d mit john michael's versus batista abageddon 14. december 2003 in elendo florida hey jbk will evolutions anime animal anime anime batista stop und dem wald herbie ich kann nicht lesen diesem part jetzt kommen wir das video ein als die members of triple h's new faction evolution continue to grow so did the problems for the heartbreak kid sean michaels is the next legend that i'm going to kill it's legend versus the legend killer later that same night triple h's long title reign came to an end in the weeks to come the game would enlist an animal in an effort to reclaim his throne hbk's problems only became worse with the addition of the newest member of evolution at the 2003 survivor series the animal would unleash his rage we're down to sean michaels and randy orton wait a minute that animal batista no look sean i powerbombed your ass straight to hell hey just come on down you jacked up nimrod batista and michaels will go one-on-one at armageddon dave batista six foot five three hundred and twenty-five pounds in thirty years but i've been around this business i don't think i've ever seen a better the following contest is scheduled for a one fall introducing first from san antonio texas the heartbreak kid sean michaels sean michaels representing san antonio texas is one of the most honored champions in the history of wwe making his 68th wwe pay-per-view appearance king it'll be only the third for batista interfering in the heartbreak kids match against randy orton and austin sean michaels rick flair from washington dc weighing in at 318 pounds batista so far tonight at armageddon king evolution is 1-0 randy orton beating rob van dam to win the intercontinental championship earlier and batista will do everything in his power to make a 2-0 for evolution tonight and so will nate rick flair led randy orton to victory and i think he's got it in that twisted mind of his that he's going to lead batista to victory right here as well right at the time shan michaels is together get on that horse ok let's try to play all the speed and speed and speed that he can get up was the time they were all full of blood? oh! that's true that's not the situation it's not really like that Aber hier, jedes Mal voller Blut und so'n Scheiß, dachte ich auch nur, what? Das waren halt die wilden, äh, wilden, wie soll man sagen? Die wilden 0-0? Die wilden 20er, so! Shawn Michaels würde es lieben, das für sich selbst gewinnen, um die Viertel über Batista zu bekommen. Aber es gibt mehr dazu, als nur das, Cole. Ich meine, du referierst, of course, zu dieser Geschichte mit Evolution als ein whole, King, und die run-in Shawn Michaels hat mit jedem einzelnen Mitglied der Gruppe. Ich kann es nicht genug sagen, Shawn Michaels würde absoluten lieben zu derail Evolution, bei beating Batista, hier. Und das ist genau das ein HBK-Win würde tun. Es würde derail Evolution. Aber auf der anderen Seite, King, if Batista kann die Win hier, und mit Randy Orton bereits zu haben, das würde all die machten ein Legendary Night für Evolution. Er drückt die Elba. Alter, der geht nicht! Der bewegt sich auch gar nichts, ne? Da muss der Haarschlager! Da will mein Kopf zerstören. Er hat die Abiliee zu throw Shawn Michaels in der Ring wie ein piece of garbage, wenn er ihn in den richtigen Position hat. Und believe me, das ist genau das 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 Big Monster denkt von Shawn Michaels, ein piece of garbage. Ich glaube, ich glaube, Bautista hat jemanden. Vielleicht Nate, Triple H und Randy Orton ein bisschen. Aber ich glaube, ich glaube, er hat jemanden. Bautista hat jemanden. Bautista hat jemanden. Bautista hat jemanden. Bautista hat jemanden. Ich denke, ich glaube, er hat er. Er hat Muskeln in местen, die meisten Menschen nicht. Und mit Shawn Michaels gingen über 100 lbs zu Bautista, vielleicht gibt es ein bisschen ein Faktor intimidation hier heute Abend. HBK hat jemanden. Aber wenn jemanden kann ihn intimidieren, es könnte Bautista sein. Aber wir sagen es, Bautista hat jemanden. Bautista hat jemanden. Bautista hat jemanden. Bautista hat jemanden. Bautista hat Godzilla und King Kong beide, gleichzeitig. Fuck. Alter, ist gut. Was ist das, das war's? Ich bin Typ. Ich bin Typ. Malzertor. Das war's für jetzt. Das schaue ich nicht mehr. Powerbomb! Ich habe schon gesagt, das war's. Das war zu heftig. Es ist keine Chance gegen den. Es ist einfach heftig. Da müssen wir ihn halt zerstören. Zerstör ihm einen John Michaels. Nein! Jetzt hab ich dich, jetzt hab ich dich Baby. Das hört sich wie ein kleines Baby. Oder wie die Braut. Die ist echt nicht traurig. Man, das hört sich wie ein kleines Baby. Mann! Der ist viel zu starr! Jetzt reicht es! Oh wow! Ja! Und dann gibt's... BAM! 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 Und BAM! BATISTA hat den Natur-Boy Rick Flair in seiner Körner heute. Und ich treffe ihn auf, wie ich den Shawn Michaels auszuhalten kann. Flair ist sicher nicht so gut. Schultern runter! Der Sack hat ihn abgelenkt! Schuss! 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 Wicke! Das war nicht so gut, Drake. Ich muss den Elbow-Ropp machen. Blut endlich! Blut, wir doch noch nicht geblutet hast du Sack! Das ist derzeit für ihn. Aber die große Mannschaft, 6'6 cm. 318 lb. Schon seit 100 lb. Sean Michaels'in über 100 lb. Aber wenn es etwas ist, das nur ein großer Schatz zu zeigen. Ja, Sean Michaels wirklich hat das gemacht. Der Schatz zu den Kassi, den Kassi zu den Kassi'n zu erzeugen. Lest du schatzes. Amodur.com Oh nein! Wow, wie hat er das nicht gemacht? Was macht ein Mann überhaupt nicht, wie das, King? Wie soll ich das wissen? Ich bin Angst, dass ich aufhinein bin. Michaels hat alle Stücke, um dieses Spiel zu gewinnen. Uh oh, was ein Bewegung! Komisch. Komisch, komisch, komisch. Shawn Michaels, King, er hat die Band gesetzt. Er hat eine süße Musik. Das wird eine Band von Batista, aber warte mal! Oh, what a counter! Spine Buster by The Animal! Incredible counter by Batista. And now it looks like Batista ready to do Shawn Michaels in. Batista feeling it, Batista gonna look for the patented Batista bomb right here. Shawn Michaels in serious, serious trouble. Here he goes. Well, it looks like it's all over for Shawn Michaels here. But wait. Not yet, not yet. Sweet, two music! And Michael's right across Batista, here's a count! He got him! Michael's got him! He's setting up. Shawn Michaels has beaten the animal. I can't believe it! And neither can Shawn Michaels! I can't believe it! I can't believe it! I can't believe it! I can't believe it! Well, Evolution will not have a clean sweep tonight thanks to Shawn Michaels. This throws our hugest monkey wrench into the plans of Evolution and Armageddon. Somehow, someway, Shawn Michaels has survived. His will to win is amazing. What an athlete and what a match. He's the showstopper! He's the showstopper! I can't believe it! He's the showstopper! He's the showstopper! He's the showstopper! I can't believe it! I would say this was Part Number 30 from WW2K15. This is the showstopper.